Willkommen hier zu einem neuen Video von Selbstorientiert. Heute wollen wir uns dem optimalen Vorbereiten auf eine Klausur widmen. Dabei würden wir uns natürlich wie immer freuen, wenn ihr da bleibt. Let's go der Hase! Ja, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und zwar wollen wir euch heute präsentieren, wie man sich optimal auf eine Klausur vorbereitet und welche Schritte dazu notwendig sind. Dabei möchten wir noch mal darauf hinweisen, was wir ja gerade schon gesagt haben. Wir haben Lernhilfen dazu erstellt, die folgen genau diesem Muster, was wir eben als wichtig erachten und wie man sich optimal vorbereiten kann. Deswegen schaltet da gerne mal rein, guckt auf Amazon vorbei, da würden wir uns riesig freuen, wäre eine super Unterstützung für uns. Aber lasst uns direkt loslegen. Und zwar ist für uns der optimale Klausurvorbereitungsprozess in fünf Schritte zu unterteilen. Dabei raten wir oder sehen wir es auch als realistisch an, wenn man eine Woche vorher anfängt. Klar, viele Lehrer werden sagen, fangt 15 Wochen vorher an und direkt, wenn ihr die Aufgaben bekommt, dann lernt sie immer wieder und immer wieder. Natürlich könnt ihr es dann auch. Aber sind wir mal ehrlich, ein Großteil derjenigen, die jetzt hier zuhören, unterschließen wir uns selbst auch ein. In der Schule lernt man zwar vieles, aber das wird nicht jeden Tag wiederholt. Und man hat auch nicht jeden Tag die Lust dazu, immer alles nachzubereiten und schon für die nächste Klausur in zehn Wochen zu lernen. Und deswegen sehen wir es als realistisch an, eine Woche vor der Klausur zu starten. Dabei müsst ihr natürlich beachten, wenn ihr zum Beispiel mehrere Klausuren in einer Woche schreibt, dann müsst ihr durchaus auch früher anfangen. Das heißt, wenn Klausuren in einer Klausurphrase geschrieben werden, insbesondere in der Oberstufe, dann ist es natürlich so, dass viele Klausuren auf einmal kommen und dementsprechend euer Gehirn natürlich nicht so viel lernen kann. Da ist einfach jeder Lerntyp unterschiedlich. Bei manchen reicht wirklich diese Woche, bei manchen reichen sogar fünf Tage, manchen auch drei. Aber eine optimale Vorbereitung ist wirklich unserer Ansicht nach durchschnittlich bei einer Woche. Starten wir nun mit dem ersten von fünf Schritten. Und dieser erste von fünf Schritten ist eben die Materialsichtung. Sichtet alles, was ihr eben im Unterricht gemacht habt. Zum Beispiel, wenn wir uns auf das Fach Deutsch fokussieren, guckt euch an, was habt ihr in Unterricht gemacht, welche Arbeitsplätze habt ihr bekommen, wo hat der Lehrer vielleicht schon gesagt, oh, das könnte wichtig für die Klausur sein. Wäre auch super, wenn ihr euch das vorher schon markiert habt. Da einfach alles raussuchen, zusammentragen und eben bereithalten. Gleichzeitig könnt ihr auch mal gucken, was steht in euren Büchern dazu. Habt ihr vielleicht eine Lektüre, die ihr lesen musstet, könnt ihr da vielleicht noch zusätzliches Lernmaterial besorgen. Außerdem finden wir es immer sehr hilfreich, eine Playlist auf YouTube zu erstellen, wo ihr dann eben die wichtigsten Videos bzw. die wichtigsten Themen einfach nochmal mit Lernvideos hinterlegt. Könnt ihr natürlich gerne unsere Videos benutzen, aber es gibt natürlich noch viel, viel mehr Kanäle. Zum Beispiel bei Mathe, The Simple Club, der da einfach super ist und dementsprechend könnt ihr da dann auch reingucken. Das ist schon mal unser erster Tipp bzw. der erste Teil des Prozesses. In einem zweiten Schritt soll es dann darum gehen, wie oder warum, was wollt ihr lernen, in welchem Tempo wollt ihr es lernen. So, das heißt, ihr habt das Material gesichtet und daraus könnt ihr jetzt einen Lernplan entstellen. Das heißt, ihr macht eine Tabelle oder ihr macht einen Kalender, in dem ihr euch eintragt, was möchte ich wann gelernt haben und wie möchte ich wo sein. Im Optimalfall seid ihr zwei Tage vorher fertig, darauf gehen wir gleich nochmal ein, aber das schon mal als groben Richtwert. Das heißt, ihr erstellt hier einen Lernplan. Am Montag möchte ich, keine Ahnung, die Lektüre nochmal komplett lesen. Am Dienstag möchte ich sie in einzelne Abschnitte unterteilen und schon mal grob gelernt haben. Am Mittwoch möchte ich die Analyse-Schritte haben und am Freitag bzw. Donnerstag möchte ich nochmal final wiederholen und dann am Montag zu schreiben. So zum Beispiel. Aber darauf gehen wir gleich nochmal näher ein. Also ganz wichtig hier einen Lernplan erstellen und wirklich alles, was gelernt werden muss. Da habt ihr im Optimalfall auch von der Lehrerin oder von dem Lehrer nochmal eine Idee bekommen, was da alles reinkommen könnte. Dann solltet ihr das in einem Lehrplan eben im zweiten Schritt alles festhalten. In einem dritten Schritt macht ihr nun das essenziellste und da, wo auch wirklich kein Fehler passieren darf. Das heißt, hier müsst ihr besonders vorsichtig sein, denn nun erstellt ihr euch anhand eures Lehrplans einzelne Lernhilfen. Das heißt, ihr macht euch Stichpunktzettel, ihr könnt natürlich auch unsere Lernhilfen benutzen. Wie gesagt, wir haben da explizit was für euch vorbereitet. Guckt da einfach im Link vorbei. Aber das ist wirklich nur auch eine Idee, denn ihr könnt das natürlich auch selber machen. Mit Stichpunktzetteln machen wir das zum Beispiel ganz häufig, dass wir einzelne Stichpunkte einfach zu einem Thema zusammenfassen und dann diese auch benutzen, um dann mit Stichpunkten zu lernen. Wie dann jeder lernt, das ist natürlich jedem selbst überlassen, denn Lernen ist eine sehr individuelle Sache. Der eine lernt mit Bildern besser und der andere lernt wiederum mit Stichpunkten besser und der andere kann viel besser lernen, wenn er sich dreimal einen Text durchliest. Wichtig ist hierbei, dass sie überhaupt irgendwas in der Hand haben. Niemand hat bereits gelernt, wenn er sich einmal durch den Ordner durchguckt und einen Tag vorher anfängt. Das ist schon mal ganz klar als Richtlinie für jemanden, der sich optimal auf eine Klausur vorbereiten möchte. Diese Lernhilfen sind ideal dann, wenn sie einerseits das Thema beinhalten und andererseits zum Beispiel das Zieltexttomat analysieren. Das ist in Deutsch, Sozialwissenschaften, Pädagogik und Biologie zum Beispiel. Dann habt ihr einfach zum Beispiel eine Analyse von einer Tabelle in Biologie oder eine Analyse von einem Sachtext, eine Analyse von einem pädagogischen Text. Das alles könnt ihr nutzen, um dann schließlich optimal auch in der Klausur die Analyse oder euer Wissen zu präsentieren. Versucht da auch Formulierungshilfen euch zum Beispiel zu bilden. Wenn ihr in Englisch seid, da ganz wichtig auch Fachvokabular zur Seite zu legen. Also wenn ihr vielleicht in Englisch nicht so stark seid und nicht dieses riesen Vokabular, diesen riesen Wortschatz habt, dann könnt ihr euch natürlich gezielt auf die Klausur vorbereiten, indem ihr bereits erste Ideen bzw. erste Sätze anschreibt, die ihr dann einfach in der Klausur nur noch mit Inhalt füllen müsst. Also hier schon die Möglichkeit, sich auf eine optimale Klausur, insbesondere auf eine optimale Darstellungsleistung, die ihr ja bewertet bekommt, vorzubereiten. Und dementsprechend hier ganz wichtig, einfach alles schon mal in Hand des Inhalts zusammenfassen, einzelne Themenbereiche erstellen. Manche machen auch gerne eine Mindmap und in einem zweiten Schritt schon auf das Zieltextformat vorbereiten. In Mathe kann das zum Beispiel auch sein, dass ihr einfach darlegt, wie man normalerweise etwas festhält. Also dann fragt ihr den Lehrer oder die Lehrerin, wie kann ich etwas optimal dokumentieren? Wie schreibe ich zum Beispiel, dass eine Funktion abgeleitet wird? Wie schreibe ich das auf, damit das volle Punkte sein wird? Das hier schon mal ein wichtiger Punkt im dritten Schritt. Und im vierten Schritt passiert dann das Wichtigste, wofür wir alle ein bisschen leiden, denn im vierten Schritt muss dann tatsächlich gelernt werden. Da orientiert ihr euch genau an den zweiten und dritten Schritt. Ihr guckt einfach, wann möchte ich was gelernt haben? Das hatten wir ja schon vorher festgelegt anhand des Lehrplans. Und dann an den einzelnen Tagen macht ihr auch wirklich nicht mehr. Sagt mich, oh, heute mache ich total viel, weil das funktioniert nicht. Meistens ist es wirklich gut, wenn ihr diesem Lernplan strukturiert folgt und dadurch dann auch ein optimales Ergebnis erzielt, weil ihr jeden Tag in kleinen Portionen lernt, aber dieses Wissen sich verfestigt. Versucht auch immer mal wieder Wiederholungen einzubauen. Zum Beispiel, wenn ihr am Montag, keine Ahnung, die Lektüre gelesen habt, versucht am Mittwoch nochmal rekapitulieren, zu wiederholen, was war denn wirklich Teil des ersten Kapitels, was war das dritte Kapitel. Lasst euch vielleicht auch von Mitschülern fragen, lasst euch von Freunden ausfragen, worum es da genau geht. Das kann super helfen, insbesondere wenn ihr mit Leuten, die da auch viel Ahnung von haben, kommuniziert und da einfach mal drüber sprecht, ist das sehr hilfreich. Und in diesem vierten Schritt geht es dann einfach darum, das zu lernen. Und das macht ihr natürlich anhand der Lernhilfen, die ihr sozusagen mitbekommen immer. Diese Merkzettel können dann natürlich super hilfreich sein, weil ihr euch einfach gezielt irgendwo hinsetzen könnt, wo es hoffentlich ruhig ist. Das heißt beispielsweise in eurem Zimmer. Am besten ist auch, wenn ihr eine Medienpause für diese Zeit einlegt. Das heißt einfach mal das Handy weglegen, auch den Computer ausmachen, vielleicht nicht Videos nebenbei noch gucken, sondern wirklich gezielt, sage ich mal, eine halbe Stunde lernen und dann wieder eine Pause machen. Vielleicht auch mal joggen gehen, ein bisschen Sport machen, aber ganz gezielt eben kleine Häppchen immer lernen. Und so könnt ihr dann innerhalb der ersten fünf Tage eurer Lernphase, also zum Beispiel von Montag bis Freitag, sehr gezielt lernen. Und dann geht es auch schon in den fünften Schritt, also in den letzten Schritt des Prozesses. Und in diesem letzten Schritt geht es dann wirklich darum, gezielt zu wiederholen. Guckt euch noch mal genau an, was waren jetzt die essentiellen Punkte, die sozusagen für mich hervorstechen. Was ist das Wichtige? Warum möchte ich dieses Thema? Wie möchte ich dieses Thema präsentieren? Wie möchte ich meine Analyse gestalten? Und welche Mittel oder was habe ich bereits über den Inhalt gelernt? Wie kann ich den Inhalt gestalten? Welche Fragen könnten drankommen? Und dann einfach nochmal alles an Stoff, was ihr habt, zum Beispiel am Samstag oder am Sonntag, dann wiederholen. Am Samstag oder Sonntag bietet sich das natürlich besonders an, weil ihr da einfach ein bisschen mehr Zeit habt als in der Woche, wo es dann ja sehr stressig ist. Und in dieser Zeit von Samstag auf Sonntag könnt ihr dann wirklich ganz gezielt Sachen wiederholen und Sachen lernen, um hier dann einfach optimal vorbereitet zu sein auf die Klausur. Und ihr werdet sehen, am Sonntagabend, wenn ihr einschlaft, dann denkt ihr, ihr seid eigentlich relativ gut vorbereitet und habt ein gutes Gefühl. Und wenn ihr mit diesem guten Gefühl in die Klausur startet und dabei auch ein sehr positives Gefühl einfach habt, dann kann bei der nächsten Klausur nicht schief gehen. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Lasst ein Abo da, lasst ein Like da und dann haut rein. Ciao.